Was ist der französische Präsident Emmanuel Macron zu Gast in Deutschland? Ich glaube, wir haben eine große Chance, das für Europa zu tun. Der neue französische Präsident Emmanuel Macron ist zu seinem ersten Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel in Deutschland übernommen. Seine erste Auslandsreise führte ihn dann gleich nach Berlin. Angela Merkel bei der gemeinsamen Pressekonferenz, dass man in Zukunft eng zusammenarbeiten wolle. Die Pressen Deutschlands sind aufs Engste verbunden mit den Interessen Frankreichs. Macron sagte, die Franzosen hätten ihn und sein europafreundliches Programm gewählt. Er habe das europäische Projekt und auch die deutsch-französischen Beziehungen verteidigt. Aber ich habe auch nicht die Botschaft der Wut und der Unzufriedenheit des französischen Volkes vergessen, die ausgedrückt worden ist am 7. Mai. Das hat uns allen ins Gedächtnis gerufen, dass es Reformen zu leisten gilt. Mehr Effizienz brauchen wir und auch Schutz gegenüber verschiedenen Entwicklungen der Welt, die unsere Bevölkerung braucht. Ich stehe also heute hier vor Ihnen und bin sehr froh und glücklich, Frankreich vertreten zu dürfen. Aber ich habe noch eine schwere Aufgabe vor mir. Macron und Merkel sagten, man wolle bei dem gemeinsamen Abendessen weitere europapolitische Themenfelder vertiefen. Nachdem die Türkei nun wieder einigen Bundestagsabgeordneten nicht erlaubt, die Soldaten in Inchalik zu besuchen, müssen wir unsere Truppen jetzt abziehen? Wie lange sollten wir für den zukünftigen Bundeskanzler Schulz diese Sache noch weiter passiv verfolgen? Sie wissen ja, dass ich in dieser Frage eine ziemlich klare Position habe. Was mich am meisten schockiert hat, ist der Grund, die Begründung, warum unsere Abgeordneten, die Bundeswehr, seine Parlamentsarmee nicht zu den Soldaten kommt. Die Begründung aus dem Ministerpräsidenten namen, den Angarawa, solange Leute in Deutschland Asyl bekommen, die hier geflohen sind, kommen keine deutschen Abgeordneten nach Inchalik. Die Bundesrepublik Deutschland ist nicht erpressbar. Und deshalb mit einem Bundeskanzler Martin Schulz gäbe es schon das, was Verteidigungsminister Frau von der Leyen schon längst hätte tun müssen, einen alternativen Standort suchen müssen. Herr Schulz, danke für das Gespräch. Der Marathonlauf zur Bundestagswahl, wie Sie das nennen, wird jetzt wohl richtig hart. Der französische Präsident, ein Antrittsbesuch im Kanzleramt bei der Bundeskanzlerin. Sie haben ihr unterstellt, sie würde jetzt mit einem Schild Nein, Nein, Nein dem neuen französischen Präsidenten begegnen sagen. Denn sie sagt die SPD Ja, Ja, Ja zu allem, was er sich vorstellt. Ich tut mir leid, Frau Schaus, ich habe nicht der Kanzlerin unterstellt, der Frau Merkel. Sie würde mit einem Schild Nein, Nein, Nein. Ich hatte gesagt, schallt ihm aus Berlin dreimal Nein entgegen. Das war meist angesiedelt. Wen meinten Sie damit? Im Finanzministerium. Insofern, wegen der Präzision. Dass Herr Macron heute die Bundesrepublik Deutschland besucht und die Bundeskanzlerin ist, glaube ich, eine ganz normale erste Amtshandlung eines französischen Staatspräsidenten. Ja, ich unterstütze Emmanuel Macron bei dem Bemühen, die Europäische Union zu reformieren. Ich glaube, dass wir den europäischen Stabilitätsmechanismus weiterentwickeln sollen, zu einem europäischen Währungsfonds. Das sieht zwischenzeitlich sogar der Finanzminister so. Ich glaube, dass wir ihm in der Frage, sollen wir ein Eurozonenbudget entgegenkommen sollen, brauchen wir das. In der Frage, was soll in dieser Eurozone konkret gemacht werden. Und ich würde mir ganz stark wünschen, dass die Bundesregierung, eine von mir geführte würde, das in jedem Fall tun, mit Macron gemeinsam gegen die Steuerflucht und die Steuerhinterziehung vorgeht. In Nordrhein-Westfalen gab es ja den Finanzminister Norbert Walter-Borjans, der die Steuer-CDs in der Schweiz gekauft hat, um Milliarden wieder zurückzuholen in die Haushalte der Bundesländer und des Bundes. Der ist dafür übrigens vom Bundesfinanzminister kritisiert worden. Er würde am Rande der Legalität arbeiten. Ich glaube, dass wir mit Macron gegen die Steuerflucht gemeinsam vorgehen können. Das sind so die Themen, wo ich ihn sicher unterstützen würde. Zu der Einschätzung, ich zitiere mal einen Satz. Einige der Beiträge, die wir in den letzten Wochen gehört haben, haben nicht zu mehr Kohärenz beigetragen. Das sagt der Kommissionspräsident über den Rat, den Sie uns darstellen, als alles in Eintracht. Nein, die Realität in Europa ist anders. Die Realität in Europa sieht so aus, dass die EU in drei Teile zerfällt. In das deutsch-französische Direktorium, den Rest der Eurozone und den Rest, der nicht zur Eurozone, gehören mit einer Sonderstellung für das Vereinigte Königreich. Das ist die Realität in Europa. Und die Sonderstellung des Vereinigten Königreiches, die muss man sich besonders anschauen. Das deutsch-französische Direktorium, Merkel-Sarkozy, hat einen Deal mit Herrn Cameron gemacht. Das weiß jeder, das muss auch ausgesprochen werden. Der Deal lautet, ich brauche eine Vertragsrevision für den Stabilitätspakt. Okay, sagt der Cameron, das ist für mich nicht einfach, weil ich habe da die Backbencher im Unterhaus sitzen, die wollen das nicht. Dann kriege ich einen anderen Haushalt. Dann sagen Frau Merkel und Herr Sarkozy, ja gut, machen wir so. Das ist die Realität in Europa. Das hat mit Gemeinschaftsgeist nicht nur nichts zu tun. Das ist ein Vorgehen, das die Kohärenz in der Europäischen Union zerstört. Und dauerhaft die Europäische Union zerstören wird. Ich fürchte, es gibt einige, die haben ein Interesse daran. Die klatschen da lebhaft Beifall. Da sitzen die Kollegen. Wer nicht will, dass diese Leute zukünftig in diesem Kontinent das Sagen haben, der muss Europa in eine andere Richtung bringen. Ich versuche mal weiterzumachen. Herr Kollege Langen, der ist immer leicht erregbar. Die Reform des Stabilitätspaktes in der EU wird abhängig gemacht von der Zustimmung eines Landes, das dem Euro überhaupt nicht angehört. Frau Merkel geht auf eine Revision des Vertrages in einer Situation, wo in diesem Hause niemand voraussehen kann, was in Irland läuft. Und ich weiß nicht, ob die Revision des EU-Vertrages in Irland so smoothly durchgeht, wie sich Ihr Bericht über den Europäischen Rat anhört. Frau Merkel sagt, der private Sektor muss einbezogen werden. Ich will mal zu dem privaten Sektor in Irland eine Frage an Sie richten, Herr Rehn. Wie konnten eigentlich die irischen Banken die Stresstests bestehen? Können Sie uns das mal sagen? Das Vorgehen von Frau Merkel, meine Damen und Herren, ist ein Stresstest für den Euro. Ich will Ihnen mal sagen, was läuft. Die Beteiligung des privaten Sektors ist gut, ist richtig. Wir hatten hier im Europäischen Parlament und ich bleibe dabei, eine Beteiligung des privaten Sektors eigentlich in großer Eintracht beschlossen, nämlich die Einführung einer europaweiten Finanztransaktionssteuer. Da ist beim G8-Gipfel mal kurz drüber geredet worden, da haben die gesagt, nee, wollen wir nicht, Finanztransaktionssteuer wollen wir nicht, aber ich sage, ja, okay, dann lassen wir es sein. Nachmittags beim Kaffee ist die Finanztransaktionssteuer beerdigt worden. Wenn es eine Einbeziehung des privaten Sektors gäbe, der diesen privaten Sektor trifft, dann ist es dies. Jetzt sagt man, ja, das Vereinigte Königreich will das nicht. Ja, bestimmt eigentlich das Vereinigte Königreich in Europa alles. Wie wäre es denn, wenn man mit der Finanztransaktionssteuer zum Beispiel schon einmal in der Eurozone beginnt und sagt, innerhalb der Eurozone ziehen wir darüber den privaten Finanzsektor heran. Ich habe nicht so viel Redezeit. Mr. President, time. Ich bin sofort fertig, Herr Präsident. Ja, beruhigen Sie, ich bin sofort fertig. Ich habe ja nicht so viel Redezeit. Ich will Ihnen nur eines sagen zum Abschluss. Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Ja. Ich wiederhole das mal, was er gesagt hat, damit die Übersetzer das sagen können. Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Das war die Bemerkung dieses Mannes. Das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Kollegen, please, Mr. President, while the time is over, please finish your last remarks. Last remarks. Last remarks. Herr Präsident. Ja. 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 Herr Präsident. Nein, Herr Präsident. Ja. Ich bin ja sofort fertig. Nur wenn dieser Mensch, dieser Kollege hier durch den Saal läuft und hier brüllt ein Volk, ein Reich, ein Führer, will ich nur eines sagen. Die Leute, die das in Deutschland gesagt haben, sind Leute, gegen deren Geist ich kämpfe. Aber ich glaube, dass dieser Herr diesem Geist näher ist als ich. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.